Wer wäre im Auto auf dem Beifahrersitz der beste DJ? Ehrlich gesagt, ich würde Serge nehmen. Ich glaube, auf Serge können wir uns einigen. Wer aus dem Team geht euch manchmal so richtig auf die Nerven? Fülle. Oh, ich wollte erst Thomas sagen, aber es ist sogar eher Fülle. Der ist auch gut dabei, ganz ehrlich. Wer aus dem Team kann am besten einparken? Jonas Hoffmann. Ja. Er macht in einem Atemzug, der guckt nicht mal nach hinten. Steiger war aus, fertig. Wen aus dem Team würdet ihr am ehesten anrufen, wenn es Probleme gibt? Hier in Frankfurt Toten. Ich glaube, ein guter Anwalt wäre Thomas Müller. Der hat auch gute Connection. Bei welchem Mitspieler fahrt ihr am liebsten mit? Jule Brand. Bei dem bin ich schon mitgefahren. Sehr angenehm kann ich sagen. Aber der ist auch ein angenehmer Typ von sich aus.